Wahrheiten, die den größten Wert haben, sie zu kämpfen. Ich bin ein Sohn Gottes. Was ist denn der Wert davon? Wir haben seine Liebe sicher. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Wir sichern uns einen Platz an der Sonne. In diesem Leben. Aber bevor das geschieht, werden wir uns an all unsere Schuld erinnern. Alter Hart. Engel warten auf uns. Nein, sie beschützen uns. Warum brauchen wir Jesus Christus? Weil er uns so sehr liebt, dass er unsere Schuld schon bezahlt hat. Der türkische Bazar läuft gerade. Einen Schluck muss ich trinken. Verurteile niemanden, damit du nicht verurteilt wirst. Es ist so ließ dich, so ließ.